Willkommen zurück zu Top Rider 2. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört, haben den da unten noch erledigt, der hier lang gelaufen ist. Und jetzt können wir eigentlich nur noch nach da. Boah, Schwein gehabt. So. Da ist ein Loch. Okay. Und da kann man auch nach oben. Ich glaube, komme ich dann hier wieder hoch? Ja, müsste ich eigentlich. Aha. Okay. Okay. Die ist noch verschlossen. Also dann doch da oben hin. Und da ist ein Schalter an der Seite. So, der hat da hinten die Tür geöffnet. Und das ist auch wieder eine fiese Stelle hier. Muss ich mal sagen. Das heißt, ich werde hier nochmal... Jetzt ist hier unten auch die Tür auf. Ach, hier sind wir jetzt. Hier, wo wir schon waren. Genau. Hatte der denn noch was... ...bei sich? Der hier war das, ne? Ne, er hat natürlich nichts bei sich. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, dass der ein kleines Midi-Pack oder so bei sich hat. Lara, jetzt fällt er nicht ins Wasser. Lara! Das ist echt manchmal schrecklich mit dem Steuerkreuz. Okay, dann müssen wir hier wieder hoch. Da hinten. Man könnte eventuell... Man könnte eventuell da hinspringen. Und hoffen, dass man genau hier hinkommt. Die Frage ist jetzt... Ein bisschen Schaden habe ich genommen. Okay. Aber ich weiß schon, was jetzt hier kommt. Hier kommt nämlich der Boss. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil ich keine Heilung mehr habe. Das ist blöd. Und ich glaube, der hat auch noch zwei Hunde dabei. Wir könnten folgendes machen. Hier runter. Jetzt kommt der, glaube ich, schon. Ja. Kommt der hier vor nochmal? Der ist nicht dumm, glaube ich. Jetzt komm doch mal bitte hierher. Will er nicht. Warte mal. Dann nehmen wir mal die mit unendlich Schuss. Leute, ich muss das jetzt so machen, weil wenn ich da runter gehe, bin ich tot. Der hält nämlich auch eine ganze Menge aus, glaube ich. Und sie schießt ja nur, wenn er jetzt kommt. Und ich glaube, da rennt auch noch ein anderer Typ rum. Das ist nicht nur der Boss. Komm, zeig dich. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Aber sie trifft ihn wenigstens hin und wieder. Und jetzt kommt er gar nicht mehr, ne? Ich hoffe mal nicht, dass der sich lebendmäßig regenerieren kann. Könnte den ganzen Part jetzt so dauern. Das tut mir auch leid. Aber ich weiß, wenn ich da jetzt runter gehe, dass ich eindeutig sterbe, weil ich mich nicht heilen kann. Der müsste mal wieder länger beschossen werden. Nun komm schon. Das dauert aber auch, ne? Der kriegt aber immer, ich treffe den immer. Ich habe es gesehen, weil ich habe gerade auch ein bisschen Blutspritzen sehen. Da ist er. Ich glaube, wir haben ihn. Aber war das jetzt schon der Boss? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier unten wahrscheinlich dann noch Hunde. Moment. Acht Schuss. Mit der? Mit der haben wir ja. Mit der wollten, mit den Uzi's wollte ich ja eigentlich. So, ich werde mich nochmal runterhangeln. Runterhangeln. So. Das haben wir gut gelöst. Jetzt ist hier aber, glaube ich, irgendwo noch ein Typ, der hier rumrennt. Warte mal, ich speichere mal sicherheitshalber. Falls der Typ, der hier noch rumrennt, mir zu viel abzieht, dann mache ich den nochmal. Wir hören hier irgendein Geräusch. So, den haben wir auch erledigt. Okay. Der hat was für uns. Hallo, Lara. Er hat es doch hier hingeschmissen. Sehr schön. Jetzt holen wir uns noch das, was der Boss... Ja, den habe ich jetzt zwar auf, ja, leichte Art und Weise. Und ich glaube, er hat uns einen Granatwürfer hinterlassen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Uzi. Ja, Granatwürfer. 10 Schuss. Einmal frei. Können wir gleich speichern. So. Jetzt heißt es... Wo geht es hier weiter? Hier hinten wahrscheinlich. Und ich höre was. Ein Auto oder so. Ich habe die Befürchtung, dass wir da oben hin müssen, wo die ganzen Kisten schwingen. Oh, mir juckt schon wieder die Nase. Moment mal. so. Meine Güte. Ne, hier möchte ich aber nicht grad lang. Obwohl, wir könnten vielleicht hier an der Kante mal, ich könnte wetten, da hinten ist irgendwo Okay, hier geht's Okay, ich gehe mal noch eins weiter Ich glaube, da hinten an der Wand da ist ein Knopf Wir müssen aber jetzt hier hier lang Können wir auch Das ist gut So Schaffe ich das mit so Sprung oder muss ich Anlauf nehmen? Ich nehme mal lieber Anlauf Jawohl Ah ja Oh, ich höre jemand Diese Sau Das Medipack nehme ich jetzt nicht falls da nämlich das Level Ende sein sollte Und wir haben wieder 409, ja, mit 400 Schuss sind wir hier reingegangen Oh Flugzeug Ja Das war glaube ich das Level Ende Oder das Spiel hat sich aufgehangen Ne, es war das Level Ende Wo Or Ja Is Das ist Wie Ich glaube, es ist nicht so ähnlich, ist es nicht so ähnlich, ist es? Named Tag wird man ein Spenden-Ticket für den Tonnen, Fabio. Es ist nur ein Gefühl, dass vielleicht, dass du falsch bist, da zu schauen. Ist deine Verkunft so fragil? Relax. Breathe deep. Der Gott, Fabio. Es gibt keine bessere Richtung als ein einfaches durch und aus. Honest. Wenn mein Vater left, als ich nicht mehr war, er hat mich gezwungen, dass er nicht mehr wie es. Der war etwas größer als Impulse. Er hat den Seraph gehalten. Aber er war nur ein disciple von diesem Design. Ach du Kacke. Ja, zwei Stunden war ein ganz schön langes Level, aber wir haben alle Secrets gefunden. Aha, ja, fast 6 Kilometer, ok, natürlich speichern. Oh, eine Bohrinsel. Hm? Hm? Oh, ah, ja. Oh, ah. Oh, ah. Oh, chairen. Oh, ah. Wir können uns bewegen. Ja, jetzt sind wir hier gefangen. Wir werden hier mit Sicherheit auch einen Weg wieder rausfinden. Und wir haben unsere Waffen nicht. Nur die Munition. Naja, werden wir auf jeden Fall wieder kriegen, denke ich mal. Aber ich würde gerne hier jetzt erstmal einen Schnitt machen. Der Part ist jetzt, ich weiß, der ist jetzt nicht so lang wie die anderen. Bisschen kürzer mal. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Na okay, dann geht es hier das nächste Mal weiter. Dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Top Rider 2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. 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 Vielen Dank.